Schwimmer Lukas Mertens bricht olympischen Siegfluch und holt erstes deutsches Gold. Nachdem das deutsche Schwimmteam in den letzten Jahren immer wieder unter einem sogenannten olympischen Siegfluch gelitten hat, ist es umso erfreulicher, dass Lukas Mertens nun diesen Bann gebrochen hat. Der junge Schwimmer hat mit seiner beeindruckenden Leistung nicht nur sich selbst, sondern auch sein Team und sein Land stolz gemacht. Die Goldmedaille über 400 Meter Freistil ist ein Meilenstein in Mertens Karriere und zeigt, dass er zu den besten Schwimmern der Welt gehört. Seine Geschwindigkeit, Ausdauer und Technik haben ihm den Sieg beschert und seine Konkurrenten hinter sich gelassen. Auch wenn Mertens den Fabelweltrekord von Paul Biedermann knapp verfehlt hat, so ist seine Leistung dennoch beeindruckend und zeigt sein enormes Potenzial für die Zukunft. Mit diesem Sieg hat er sich in die Geschichtsbücher des deutschen Schwimmsports eingetragen und wird sicherlich noch viele weitere Erfolge feiern. Wir gratulieren Lukas Mertens zu seinem grandiosen Sieg und freuen uns auf weitere spannende Wettkämpfe von ihm in der Zukunft.